Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem etwas längeren Video werde ich mal über meinen Instagram-Account sprechen. Es ist also weniger ein Tutorial, wie ihr etwas tun müsst. Es ist keine Anleitung, wie man mehr Follower bekommt oder was auch immer, sondern ich werde mal ausführlich über meinen Instagram-Account reden und darin sind natürlich auch einige Tipps enthalten, die ihr direkt anwenden könnt. Und ich sage es euch gleich vorweg, das ist auch ein sehr ehrliches Video. Ich werde euch auch meine roten Zahlen zeigen bei meinem Instagram-Account. Da wird nichts drumherum gelabert oder sonst irgendwas, sondern es wird Glartext geredet. Zuerst einmal, ich habe mehrere Instagram-Accounts und ich rede jetzt über meinen Haupt-Account, Kelvin Hollywood. Ich habe noch einen Fotografie-Account und dieser Account ist entstanden mit Bilder von mir als Fotograf. Das heißt, ich habe die ersten 40.000, 50.000 Follower, die ich da gesammelt habe, habe ich damit gesammelt, dass ich immer nur meine Artworks gepostet habe. Also als Fotograf die Bilder, die ich gemacht habe mit Photoshop und so weiter. Und irgendwann habe ich dann angefangen, nur noch Bilder von mir zu posten und den so ein bisschen zu transformieren in den Bereich Business, Tipps, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das war so der Grund, wo ich heute sagen würde, ich muss hier gerade mal die Mitteilung deaktivieren, wo ich heute sagen würde, das hat so den Account ein bisschen kaputt gemacht. Okay, also diese aktuell, heute haben wir den 8. April, habe ich 71.300 Follower. Und da sind halt ganz, ganz viele Fotografen noch dabei. Ich verliere täglich sehr viele mit jedem neuen Post, gewinne aber Gott sei Dank mehr Menschen dazu als Leute, die abhauen. Okay, aber nur, dass du ein Bild davon bekommst. Das ist das, was ich eigentlich nicht empfehle, einen Account zu verändern. Aber mit 40.000 oder ich hatte wahrscheinlich sogar noch mehr, war mir, ich wollte keinen neuen Account gründen, weil mein ganzes Leben hat sich ja auch geändert und ich wollte die Menschen mitnehmen. Es kam kein Business dazu, sondern das eine ist reduzierter geworden und das andere wurde verstärkt. Okay, wie zufrieden bin ich eigentlich mit meinem Instagram-Account? Leute, ich bin mega zufrieden. Mein Instagram-Account ist sozusagen wie so mein Herzstück. Ich habe so eine krasse Interaktion mit der Community und ich gebe ganz offen und ehrlich zu, mein Instagram-Account ist eine Haupteinnahmequelle, weil da erwähne ich was und ihr schlagt zu. Da ist natürlich auch sehr viel Gratis-Content drauf. Ich mache fast jeden Tag einen Livestream mit Gratis-Content, aber der läuft richtig gut. Gut, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen tiefer rein. Das Erste ist, ich will euch mal die Zahlen zeigen. Aktuell heute. Ich blende euch das jetzt mal ein. Das sind jetzt die Statistiken, da seht ihr ganz viele rote Zahlen. Ich ermittle das mit Iconosquare. Das ist ein Tool, sehr kostenintensiv, aber damit kannst du halt alles tracken. Und jetzt siehst du, in den letzten 30 Tagen habe ich etwas mehr als 1000 Menschen dazubekommen. Natürlich auch sehr viele verloren. Die Impressionen sind deutlich runtergegangen. Die Reach ist deutlich im Keller. Engagement-Rage ist bei 1,3. Das ist sehr niedrig. Ich versuche immer auf 2 zu kommen. Genau. Warum zeige ich euch jetzt rote Zahlen? Das ist ja als Coach, als Instagram-Experte ja nicht gut, dass ich euch jetzt rote Zahlen zeige. Aber der Punkt ist, wenn du rote Zahlen hast und verstehst, warum sie existieren und du es kontrollieren kannst, dann ist das für mich im grünen Bereich. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir eine Osteraktion. Eine Woche lang. Ich mache Promotion auf meinem Kanal. Da ist auch viel Werbung mit drin. Für mich sind diese Zahlen jetzt noch sehr gering. Ich habe gedacht, das geht viel mehr weiter. Ich habe gedacht, ich verliere Fans. Aber wenn ihr jetzt mal schaut, wenn wir in meine Entwicklung reingehen, das seht ihr jetzt gerade die letzten Tage, da kommen immer mehr Leute dazu. Also heute erst 5, der Tag ist noch relativ früh. Aber jeden Tag, ich würde mal sagen, so im Schnitt 30 bis 40 Leute, die mehr dazukommen. Also mein Account wächst. Und bei meinem Account ist es nicht so, dass ich den zum Spaß betreibe. Also mir würde es jetzt nichts bringen, wenn der Account noch schneller wächst, noch mehr Leute kommentieren. Aber am Ende dann, wenn ich sage, Leute, kommt doch mal zu einem Personal Coaching oder geht doch mal weiter, wenn da nichts passieren würde, dann würde mir der Account jetzt nicht so viel bringen. Und deswegen musst du dich immer fragen, wenn du einen Instagram Account betreibst, was ist dein Ziel? Geht es dir wirklich nur um viel Anmerkungen, viel Reichweite, dann kannst du den Account viel schneller, viel schneller zum Wachsen bringen. Also meiner wächst sehr langsam, aber dennoch, die Community ist sehr intensiv. Jetzt gehen wir mal in den Instagram Account rein und dann wirst du auch sehen, warum ich meinen Account auch selbst feiere. Weil, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal dieses Bild. Wenn du jetzt mal bei mir die Kommentare liest, dann findest du da keine Scheiße drunter. Also ganz wenig. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, warum er jetzt A kommentiert hat. Ah, da war noch von oben was. Aber du siehst hier keine Bullshit-Kommentare. Also ganz, ganz selten, dass da mal was zwischendrin ist, wo jemand irgendwie Bot, Spams und so weiter, weil ich blockiere die ganzen Leute raus. Das erkläre ich gleich, wie ich das mache. Das heißt, ich pflege diesen Account enorm. Mir sind die Anzahl der Follower und die Anzahl der Kommentare eigentlich scheißegal. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein, nee, Silke, dieser Schoko, ne, dieser Schoko-Typ, der da kommentiert. Ich gehe jetzt da drauf und schaut mal, der hat jetzt drei Daumen nach oben und so ein Top-Zeichen gemacht. Jetzt ist das für mich schon so ein bisschen Spam-Verdacht. Sorry, wenn du das Video jetzt siehst, aber so denke ich nun mal. Das heißt, ich klicke jetzt drauf und muss jetzt mal schauen. Guck mal, der folgt mir ja noch nicht mal. Sonst würde da oben bei Folgen stehen auch folgen. Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe jetzt mal auf diesen Radker & Moore und da siehste auch folgen. Okay? Das heißt, dieser Typ folgt mir glaube ich noch nicht mal, kommentiert aber bei mir. Ist er durch Zufall drauf gekommen? Dann sehe ich, dass der verdammt vielen Leuten folgt. Okay? Also über 2000 Menschen. Das sind alles für mich so Zeichen. 2000 Abonnenten. Ich gehe jetzt mal auf ein Bild von ihm, sehe 32 Kommentare und schaue mir jetzt mal die Kommentare an. Und jetzt siehst du schon anhand der Kommentare, wie seine Qualität ist. Das kannst du nicht mit meinem Account vergleichen. Guck mal, das sind alles so, das könnten auch Spam-Kommentare sein. Und jetzt, ich meine, dem gebe ich jetzt nur eine Chance, aber normalerweise würde ich jetzt fast schon blocken. Will ich nicht. Wenn der mir folgen will, dann wird er mir schon schreiben. Hey, was ist los? Ich wollte dir folgen. Ging nicht. Und das empfehle ich euch auch. Und so mache ich das auch. Ich gehe immer wieder meine Postings durch. Guck mal, das ist jetzt der Post von heute Morgen. Schaut mal dieses Feedback. Wie geil das ist. Wenn Leute hier mit diesem Muskelzeichen jetzt gerade posten, dann ist es eine Ausnahme, weil ich oben im Post gesagt habe, wenn du ready bist, poste mir da so einen Arm. Aber das sind alles, jetzt gucke ich beim Eduard Müller, der folgt mir, alles cool. Das ist ein geiler Account. Und das meine ich, das sollte dir anstreben. Nicht viele Anmerkungen sammeln. Folgt nicht tausend von Menschen. Pflegt die Community, die da ist. Leute, von meinen 73.000 Followern, die ich habe, also mein Account musste eigentlich eher sehen als so jemand 20.000 Follower. Weil wie gesagt, die sind alle so verstreut. Und ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, ich war ja viele Jahre mit Scott Kelby international unterwegs. Ich war, allein wo ich in Indien war, ich war schon beruflich in Indien, da kamen Follower dazu. Das ist, also da sind mit Sicherheit auch Spam-Follower dabei. Ich habe jetzt nie welche gekauft oder so. Einmal habe ich glaube ich für 500 gekauft, weil ich einen Artikel geschrieben habe, da wollte ich Erfahrung sammeln. Ich habe 500 gekauft und die sind aber auch relativ schnell wieder weg gewesen. Vielleicht sind 100 noch irgendwie verteilt. Also mein Account ist schon sehr sauber, aber unsauber, weil das ja durcheinander ist. Ärgert mich das? Nein. Ich bin froh, dass ich damals mit dem weitergemacht habe, die Sprache, die quasi geändert habe, weil wie gesagt, ich hatte schon 50.000 drin. Und du siehst ja, es läuft ja, es kommen ja immer mehr dazu als welche weg. Und von dem her ist alles cool. Wie gesagt, ich habe noch einen, ich habe noch einen zweiten Account hier. 32.500 Leute sind da drauf. Da poste ich jetzt nur meine Bilder. Der wird eigentlich weniger gepflegt. Da poste ich ab und zu mal was, weil meine ganze Energie geht in diesen Account rein. Gut. Wenn ihr jetzt ein bisschen das beobachtet habt, wie ich das mache, könnt ihr vielleicht jetzt adaptieren. Ihr seht, ich folge nur 50 Leuten. Das variiert immer. Ihr seht, ich lösche, ich blockiere Menschen. Ich gehe mal unter einen älteren Post. Vielleicht unter so einen Post, wo irgendwas mit Erfolg dabei steht, weil da kommen die meisten Bots. Aber egal, ich nehme jetzt mal dieses Handstandbild. Oh, da gab es nur 13 Kommentare. Ja, da ist jetzt auch nichts. Also, ich würde euch jetzt gerne mal zeigen, wie ich jemand blockiere. Der hat viel Traffic bekommen. So. 88 Kommentare. Jetzt gehen wir mal gucken. Ja, aber das sind alles Gute. Echt super. Der folgt mir. A, W, E, Z, der folgt mir auch. Also, es ist schon schwer, Menschen, also bei mir, Leute zu finden, wo du sagst, das könnte ein Bot sein. Ja, die folgt mir auch. Das passt. Also, so gehe ich da durch. Und Leute, wenn ihr so sucht, ja, ich finde nichts. Oh, guck mal, der da. Das könnte, na, der folgt mir auch. Scheiße. Wobei, aber der folgt 3000 Leuten, ne? Jetzt gehen wir mal gucken. Der 1000 Abonnenten, kriegt auf das vier Kommentare. Dem gebe ich jetzt auch noch eine Chance, ne? Aber, wie gesagt, Freunde, ähm, geht mal euren Account durch und mistet gnadenlos aus. Scheiß drauf, ob es Follower kostet oder wie auch immer. Pflegt den intensiv. Okay? Das sind so alles meine Gedanken. Ähm, wenn du eine Empfehlung willst über einen Videokurs, wenn du jetzt weitermachen willst und sagst, ja, aber Calvin, wie kriegt man viele Follower, viele Fans? Vielleicht kennst du meinen Videokurs Instagram Like a Boss. Das ist ein Kurs, der nur darauf ausgelegt ist, wie man Follower aufbaut. Seriös, ohne Botscheiße, vernünftig, Schritt für Schritt. Hol dir gerne diesen Kurs. Wir verlinken ihn definitiv. Ähm, da geht ein paar Stunden, da wird alles erklärt, alle Strategien drin. Ähm, aber letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du das mit Herz machst. Gerne auch längere Texte schreiben. Kümmere dich um die Menschen, die sich für dich interessieren und ignoriere sie nicht. und schieße alles weg, was diese Bot und automatisierte Rotzscheiße, alles löschen, alles weg mit. Ja, das ist nicht wert. So, das sind meine Gedanken zu meinem Account und gerne nochmal als Supercoach, der gerade ein Produkt, äh, beworben hat von sich selbst, will ich dir nochmal meine roten Zahlen, äh, wie komme ich zu meinen roten Zahlen? Hier, das ist meine Promo, meine roten Zahlen und ich biete dir an, Instagram, like a boss, ein Videokurs, aber wie du siehst, bei mir sind die Zahlen rot. Haha, das ist doch eine geile Promo, oder? Ähm, genau, letztendlich zählt das hier, ein ständiger Zuwachs und, ähm, ja, macht es besser wie ich, die Zutaten kriegt ihr mit dem Kurs und dann liegt es an euch. So funktioniert es bei mir. Danke, dass du mit am Start warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.